Es muss lustig sein. Ich mache da einen runden Kopf und zwei Ohren. Die hat auch Tatzen. Und ein Gesicht. Wir nehmen die Augen raus und die Füllchen machen wir ab und die Füße machen wir auf und dann essen wir sie. Und der Bauch ist so. Man sieht das nicht, wenn die Blatt ist. Die sieht so aus wie ein Bär. Tatzen drauf. Lecker, lustig, bärenstark. Reinert Bärchen